Leise weht der Wind des Todes. Dies ist die Story zweier unerbittlicher Gegner. Frank Calder, hartgesottener Boss einer gefürchteten Killerbande, entführt die Frau des sadistischen und herrischen Rinderbarons Brand Ruger. Doch der lässt sich nichts ungestraft wegnehmen. Er nimmt die Verfolgung auf. In den Haupträumen French Connection Star Gene Hackman. Oliver Reed wird bekannt aus Tommy, die drei Musketiere und die Verdammten. Und Candice Bergen, Partnerin von Burt Reynolds in Der Mann, den sie Stick nannten. Eine Frau zwischen zwei Männern.